Hallo und herzlich Willkommen aus dem Freibad St. Wendel. Heute ist Sonntag, der 18. Juni und wir sind zum ersten Mal im Freibad für das Zolljahr. Gut, Gletscher waren wir auch noch immer gewähnt, aber wenn wir so wollen, wie es ist, dann bleiben dran. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Freibad. Und jetzt bin ich noch da und gleich bin ich weg. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Freibad. Hallo und herzlich Willkommen. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Freibad. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Freibad. B's. Sieg sind sehr gut auf dem Freibad. Töne B's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, unser Besuch im Freibad neigt sich jetzt dem Ende. So, war so drei Stunden da, immer drei Stunden, dreiviertel Stunden, dreieinhalb Stunden. Aber man merkt, es brennt die Haut. Meine Frau hat bestimmt wieder Sonnebrannt. Aber es war trotzdem schön. Meine Tochter hat auf jeden Fall Spaß gehabt. Mein Sohn war kalt. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Gehen wir nicht. Weil wir fahren ja, mit dem Auto. Wir sind ja doof, oder? Das ist ja natürlich ein Auto für mich. Unimog. So, das war unser Besuch heute im Freibad St. Wenn es euch gefallen hat, lasst in dem Video doch Ihren Daumen auf und da. Schreibt in den Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich abonniere. Bis dahin, machen Sie gut, bleiben gesund. Und jetzt muss ich das Auto aufmachen, damit die Familie rennen kann.